So, da bin ich auch schon wieder zurück mit der nächsten Aufgabe, nämlich, wir haben auch geheime Aufgabe, nämlich zum Beispiel die Spilze. Ich weiß gar nicht, ob die Aufgabe jetzt hier drin ist. Ach ne, das ist eine tägliche Aufgabe. Da kann ich euch auch den Tipp geben, fliegt einfach nach Pleasant Park. Da, wo ihr die Verkleidung machen könnt, beziehungsweise wo ihr euch einen Gegenstand verkleiden könnt, geht dort, wie gesagt, zum Händler. Und wie ihr seht, volle Schilde, hier, der hat immer Bananen für euch. Also hier kann man auch die Bananenaufgabe machen. Ich esse jetzt einfach mal weiter. Ah, benutze Supportgegenstände. Ich sage ja, es gibt so viele Aufgaben. Ich spilze zehn Stück, auch immer. Also es gibt so leicht XP erstmal am Anfang. Aber wie gesagt, wenn ihr mehr davon sehen wollt, gerne ein Like da lassen, natürlich ein Abo da lassen. Und so könnt ihr natürlich ganz easy auch weiter XP haben, die man eventuell zwar im Laufe der Zeit eh bekommen würde, aber so ist es natürlich garantiert und am schnellsten. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch noch viel Spaß beim Leveln und haut rein!